Hallo zusammen, ich habe hier einen WEMO 46N, das ist ein kleiner Kühlschrank mit hier einem kleinen Eisfach, wird sehr viel verbaut in Booten und kleinen Bussen, ich sage mal so VE-Bus, 2,8 Tonnen Fahrzeuge. Wir haben auch das gleiche Modell noch ohne Eisfach, das verlinke ich euch nachher hier unten in der Endcard, dieser Kühlschrank hat hier einen Türverschluss und ich kann hier umstellen auf Wintersteuerung und dann geht der Kühlschrank nicht mehr zu, man sieht das jetzt hier, kann ich mit den Fingern rein halten. Ihr seht jetzt, der Kühlschrank ist offen und ich kann hier oben den Hebel rüber schieben und jetzt macht der Kühlschrank wieder zu. Das ist die Lüfterstellung, dass wenn ich den Kühlschrank nicht brauche, kann ich den offen stehen lassen. Weiter habe ich das externe Kühlaggregat, das externe Kühlaggregat sitzt bei der Auslieferung hier oben, ist aber nicht angeschraubt, ich kann das zum Beispiel hier hinsetzen, nebendran, ich kann das hier hinsetzen und was wir als Option haben, ist ein Aggregatbefestigungswinkel, das ist dieser Winkel, da habe ich zwei Laschen, die kann ich ein Stück rein drücken, am besten mit dem Schraubenzieher, so ein bisschen schräg rein drücken und so kann ich das Aggregat hinten einfahren und vorne mit zwei Schrauben befestigen und vorgängig könnte ich diesen Winkel, ich kann die Leitung zum Beispiel hochbiegen oder ich nehme das ganze Teil weg und biege die Leitung hoch, hier einfach nicht knicken und ich kann das Aggregat hier hinten zum Beispiel hier montieren und das Aggregat dann vorsichtig ausrollen, also die Leitung lässt sich knicken, aber einfach mit sehr viel Vorsicht, so wie ich das mache, hier kann ich das Aggregat dann hier hinten montieren, weiter oben, weiter unten, weil wir haben das Thema teilweise bei Booten, dass hier der Bootsrumpf so schräg läuft und dann kann ich das Aggregat oben montieren. Da gibt es eine andere Alternative, wir haben einen Kühlschrank der tiefer ist und unten eine Abschrägung hat, das ist der WEMO 51, das verlinke ich euch hier oben in der Endcard, dann auch zum Einbauen gibt es als Option und Zubehör diesen Einbaurahmen, den setze ich hier drauf, Löcher sind theoretisch vorbereitet und wir sehen jetzt das hier, hier kann ich das bündig setzen, so dass die Kühlschranktüre versenkt ist oder ich setze den nach hinten, gut ich muss erst die Schrauben hier lösen, so dass die Türe bündig vorsteht, so habe ich die Türe steht dann vor, das hängt dann vom Einbaumaß ab. Dann als weitere Option für diesen Kühlschrank, wir haben nur Optionen bei diesem Kühlschrank, sind eine längere Leitung, ihr seht diese Leitung hat 1,5 Meter, das reicht zum daneben setzen, das ist kein Thema, es gibt jetzt aber Leute, die wollen damit mit dem Aggregat, dass der Lärm weg ist, in die Heckgarage, die ist drei Meter weg, dann gibt es halt statt 1,5 Meter Leitung drei Meter, dann kann ich mit der Leitung in die Garage fahren oder in den Motorenraum beim Boot oder sonst irgendwo oder in die Backskiste beim Segelboot, je nachdem. Jetzt komme ich bei dem Segelboot, will ich dann in die Backskiste durch Schott und die Leitung ist ordinal verbunden, auch die längere Leitung ist ordinal verbunden, gefüllt mit Kältemittel und dann gibt es die Option Kupplungen. Das sind zwei, weil wir haben eine Leitung hin und wir haben eine Leitung zurück und dann sind diese Leitungen hier und die kann man trennen, zusammenschrauben und so kann ich ein Loch machen mit 50 Millimeter, kann mit den Leitungen durch Schott durchfahren bis zum Beispiel in die Backskiste und da die Leitung verschrauben. Ist eine Option, die gibt es circa eine Woche Lieferfrist, weil längere Leitung müsst ihr mir angeben, wie lang die Leitung sein muss, bis 10 Meter kein Problem, Länge auf Anfrage, aber das Verlegen ist dann ein anderes Thema. Also wir haben jetzt hier die Optionen, das ist der Katalog, verlinke ich euch natürlich logischerweise unten drin, diese Optionen, ich habe jetzt unten angefangen, Einbaurahmen, Aggregat-Befestigungswinkel, Länge, längere Leitung, Kupplungen und dann habe ich digital und A. Digital ist Standard, haben wir hier in diesem Kühlschrank einen mechanischen Thermostaten drin, da kann man am Dreh drehen und einstellen zwischen mehr oder weniger etwa auf 5 Grad und wir haben hier einen externen Digital Thermostat, machen wir Standard mit einer 1,5 Meter langen Leitung, die kann man dann irgendwo wo es Platz hat. Ihr könnt eine längere Leitung haben, müsst ihr bestellen. So sehe ich die Temperatur, die innen drin ist und ich kann die Temperatur hier grad genau einstellen, ich kann die Schalthisterese einstellen, ich kann die Sonde kalibrieren und so weiter und so fort. Also hier kann ich eigentlich alles einstellen, was man so will. Wir bringen eine Standardeinstellung, aber ihr könnt zum Beispiel eine Anlaufverzögerung rein machen, alles was nötig ist. Ist ein Industrieregler, wird sehr viel verwendet bei, was soll ich sagen, bei gewerblichen Geräten, Elivel 902, ist als Option verfügbar, kostet alles Geld, seht ihr in der Preisliste, was ich unten verlinkt habe und dann gibt es die Option, Digital Thermostat, äh, sorry, 230 Volt. Original läuft der Kühlschrank mit einem 12 Volt Kabel. Wir haben hier ein kurzes Kabel dran von 50 cm, das ist vom Testen von der Werkstatt. Hier die Länge vom Kühlschrank bis zur Batterie oder umgekehrt von der Batterie über Hauptschalter, Zwischenschalter, Nebenschalter bis zum Kühlschrank. Die Länge in Meter solltet ihr in Quadratmillimeter wählen. Also wenn ihr 6 Meter habt, nehmt ein 6 Quadrat, wenn ihr 5 Meter habt, nehmt ihr auch ein 6 Quadrat Kabel. Jetzt kommt wieder die dumme Bemerkung, ja, wenn ich einen halben Meter habe, reicht ein halbes, ein halb Quadrat, nehmt mindestens 2,5 Quadrat, das reicht bis 2, 2,5 Meter. Aber je dicker ein Kabel ist, desto besser ist es, weil wenn ihr 1 Volt Spannungsverlust habt auf der Zuleitung, sind das sage und schreibe fast 10 Prozent, die ihr auf der Leitung verheizt. Die Option 230 Volt Vorrangschaltung. Das heißt, es gibt eine andere Steuerung hier drauf, die kommt weg, es wird die geliefert und wir haben dann einen Euro Stecker, 230 Volt, der wird hier angeschlossen. Ihr könnt dann beide Kabel anschließen, also 230 Volt und 12 Volt. Vor allem bei Schiffen, die sehr viel im Hafen liegen. Da wird der Kühlschrank im April gestartet und im Oktober außer Betrieb genommen. Da kann ich den Hauptschalter rausmachen beim Boot, aber der Kühlschrank läuft über 230 Volt. Was die andere Möglichkeit ist und eben Vorrang, sobald ich 230 Volt ausstecke, geht er automatisch zurück auf 12 Volt. Wenn ich wieder einstecke, geht er wieder auf 230 Volt. Die andere Alternative ist, ich habe, wenn ich wenig 220 Volt brauche, dann fahre ich über das Ladegerät. Das heißt, ich habe den Kühlschrank, retour die Batterie und dann ein Ladegerät, was ich zum Beispiel im Landstrom oder auf dem Campingplatz habe, dann fahre ich über das Ladegerät rein, lade die Batterie und betreibt so den Kühlschrank. Dann braucht ihr diese Option nicht. So habt ihr aber trotzdem ein 220 Volt Betrieb. Hier empfiehlt sich wirklich, wenn ihr viel 220 Volt, 230 Volt Betrieb habt, sowas zu wählen. Wo habe ich über den Stromverbrauch gesprochen von diesem Kühlschrank? Er hat einen Anschlusswert von 70 Watt. 70 Watt ist das, was der Kompressor BD35 von Sekop, ehemals Dampfos, als Spitze leisten kann. Das wird er auch ziehen. Nur das ist eigentlich unrelevant, den Spitzenwert. Das ist wie beim Auto, wenn ich sage, ich habe ein Auto mit 300 PS. Ja, wenn ich im Stau stehe, nützt das auch nichts. Wenn ich ganz langsam gemütlich fahre, nützt das auch nichts. Die Leistung, die ich Spitze brauche, sagt nichts aus über den Verbrauch. Ich habe hier einen Wert 5 Grad innen, 25 Grad außen. Der braucht dieser Kühlschrank 8,75 Watt Stunden pro Stunde. Also das heißt, wenn ich eine Batterie habe, in der Richtung hier, das ist eine 100 Ampere Lithium Batterie und die hat zum Beispiel 1280 Watt Stunden Kapazität. Wenn diese geladen ist und ich will diesen Kühlschrank an dieser Batterie betreiben, mit 8,75 Watt bei 25 Grad außen, dann läuft dieser Kühlschrank 150 Stunden. Das sind 5, 6 Tage, die dieser Kühlschrank an dieser Batterie läuft. Ihr habt natürlich noch andere Verbraucher und so weiter, aber das ist einfach so zum Rechnen. Und wenn ich dann bei 32 Grad außen bringe, braucht der 12,4 Watt. Das heißt, er läuft etwa 100 Stunden mit dieser 100 Ampere Stunden Lithium Batterie. Das sind um die vier Tage. Ja, zu den Maßen, die stehen im Katalog, den verlinke ich euch. Der aktuelle Katalog ist das Seite 30. Sonst gibt es zu diesem Kühlschrank eigentlich nicht viel zu sagen. Ich verlinke euch hier oben den bisschen längeren, den Wemo 51. Hier unten den 46F. Das ist der ohne Eisfach. Dann hier ein Video zu den Kupplungen, wie man die trennt, montiert und so weiter. Und dann, das Wichtigste an dem Kühlschrank, hier ist Standardband rechts angeschlagen. Und hier unten verlinke ich euch das Video, wie man diesen umwandelt von rechts auf links. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag.